Hallo Herr Seekräuter, Hallo Herr Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Ausblick hier auf unserem Siekrautskanal. Wir wollen euch die Speerspitze des pan-europäischen Forschungsbaums hier präsentieren. Demnächst kommen die pan-europäischen Zerstörer ins Spiel und ja, das hier wird eben der beste Forschungsbaumzerstörer sein. Und der hat eine Menge Spaß mitgebracht, finde ich. Das wollen wir euch in diesem Gameplay dann gleich zeigen. Kurz wollen wir uns mal das optische Modell angucken, das geht ja im Gefecht dann immer eher weniger. Darum fahre ich hier dann mal so lang. Vorne ein Turm mit zwei Läufen, 120 mm, relativ starke Flugabwehr zeichnet den, die hier zum Beispiel auch aus. Wir sind nicht ganz so niedrig entdeckbar, dafür haben wir aber auch wieder zwei Torpedowerfer. Die Reichweite ist gigantisch mit 50 km, die Geschwindigkeit passt. Ja, der Schaden ist nicht ganz so hoch, aber da gehen wir gleich nochmal detailliert drauf ein. Dann haben wir hinten den Geschützturm, dann haben sie einen vergessen, da mussten sie wahrscheinlich Material sparen oder sowas. Nein, keine Ahnung. Wäre jetzt noch die Krönung, wenn sie hier noch im hinteren Bereich noch ein Geschützturm dazu gebaut hätten, das wäre richtig genial gewesen. Aber gut, so ist das eben, es ist jetzt eigentlich so ein Mehrzweck-DD, kann man schon fast sagen. Der kann auch mit Gans, aber torpedomäßig ist er dann doch nochmal ein bisschen cooler. Modell ist wie immer richtig cool, richtig schön detailliert. Ich finde auch die Brücke sieht aus wie so ein schwimmender Bunker. Ja, hat eine unheimlich coole Dynamik-Datei, dann relativ kurz gehalten. Eher so erinnert mich so ein bisschen an die britischen Zerstörer. Ja, nicht so lang wie eine Shimakase oder so. Ruderstellzeit ist ein Ticken langsam, aber ich persönlich finde, kam eigentlich ziemlich gut mit dem Zerstörer klar. Jetzt wollen wir uns noch ganz kurz die Panzerungsanordnung angucken. Hier ringsrum 19 Millimeter, so wie üblich und obendrauf haben wir dann 13 bei den Aufbauten. Die Türme sind noch dünner gepanzert, erstaunlicherweise, mit 6 Millimeter. Das war es eigentlich, was man zu dem D-D im Hafen sagen kann. Ihr wollt ihn schwimmen sehen und ich zeige ihn euch schwimmt. Ja, und zwar in diesem Gefecht hier Schleife T10-Gefecht und das mit der Haaland dabei. Ich hatte noch ein bisschen Divi-Unterstützung hier von Norman, der mir ein bisschen geholfen hat hier in dem Gefecht. Wir hatten, ich finde, eigentlich ein gutes repräsentatives Gefecht für diesen D-D. Prinzipiell, ja, hatte ich eben schon gesagt, relativ kurz, relativ gnubbelig, so ein bisschen wie der Britte, wie die Deering, finde ich so, rein vom Gefühl her. Wir haben hier auch eine ähnliche Anzahl an Trefferpunkten mit der Kapitänskilling, die ich hier drauf habe, erreiche ich jetzt 22.700 Punkte und das ist ganz anständig. Vor allen Dingen, weil wir noch eine Reparaturmannschaft dabei haben, die hier auch nicht zu unterschätzen ist. Aber die Trefferpunkte sind bei einem D-D nicht alles. Es geht dann auch um Artillerie und Torpedos und da gehen wir jetzt mal so ein bisschen drauf ein. Also, bei den Hauptbatterie-Geschichten habt ihr eben schon gesehen, wir haben nur zwei Türmer dabei. Jeder Turm hat zwei Rohre, wir haben 120 mm Kaliber. Ja, und das ist fast ein bisschen schade. Ein dritter Turm wäre richtig geil gewesen. Vielleicht hätte dann auch die Nachleihzeit einen Ticken länger sein können. Aber gut, das ist wahrscheinlich so der Stil, den sie jetzt hier so gesucht haben, sage ich jetzt mal. Gerade auch in Anlehnung an die Friesland, die hat ja auch nur zwei Türmer, auch wenn da die Nachleihzeit noch weiter runter zu skillen ist. Ich habe sie jetzt hier auf 1,8 Sekunden, da ist auch die Schießgrundausbildung beim Kapitän mit dabei. 87 Meter horizontale Streuung und dann kommen die Sprenggranaten. Wir haben 1750 Alpha Damage, 9% Brandwahrscheinlichkeit, 19 mm ist die Durchschlagskraft. Das heißt, wir haben ein Sechstel Penetration auf den HE-Granaten, ein üblicher Wert. Heißt aber auch, wenn wir IFE skillen, kommen wir nicht jetzt signifikant weiter. Wir kommen nur dann auf 25 mm Penetrationskraft und das bringt uns ehrlich gesagt gar nichts. Und wir penetrieren deswegen auf Schlachtschiffen nicht mehr, als wenn wir sowieso schon penetrieren würden, nämlich nur die Aufbauten. Also 19 mm können wir dann auch so belassen. Dann kommen wir zu der AP-Granate, da ist jetzt auch nichts Besonderes sozusagen. Also Abprallwinkel oder so ist da jetzt nicht verbessert oder sowas. Ja, 2100 ist der Alpha Damage und alles andere mit Zündversorgung und Co. gibt es dann mal in der Schiffseinweisung, werden wir dann von dem Schiff berichten werden. Was unbedingt zu sagen ist, die Geschütztürme drehen sich aktuell nicht 360 Grad, obwohl es einzeln stehende Türme sind. Wir haben nur eine Feuerreichweite von 10,4 km. Das heißt, raunde Bau zwei Kilometer weniger als das, was im Durchschnitt ein TD auf der Tierstufe hat. Und das macht die Charakteristik von diesem TD so eigentlich klar. Wir müssen eher auf Torpedos gehen und die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ich möchte aber noch ein Wort verlieren zur Mündungsgeschwindigkeit, 825 Meter. Das heißt, es gibt Schiffe, die werden einen direkteren Schuss haben. Jetzt sind zum Beispiel japanische TDs. Ja, aber es gibt eben auch Schiffe, die haben einen indirekteren Schuss. Das hier ist so ziemlich in der Mitte angesiedelt. Und hier kann man jetzt auch gerade das sehen, was immer wieder euch mit der Haaland passieren kann. Ihr habt nämlich keinen eigenen Nebel dabei. Den könnt ihr ja nicht irgendwie austauschen. Geht gar nicht. Ihr habt gar keinen Nebel. Und wenn ihr eben dann in so eine Geschichte kommt wie jetzt, dass ihr aufgeht und das Feuer vom DD auf euch eröffnet wird, aber ihr halt wisst, dass ringsherum die Feinde sind, dann ist euch nur geraten, öffnet nicht sofort das Feuer zurück. Weil dann seid ihr nämlich Mode von den Gegnern. Und jetzt sitzt die Harugumo im Nebel, weil sie selber von unseren Alliierten beschossen wird und kann mich nicht sehen. Und das ist eigentlich die Situation, die wieder cool ist, weil ich jetzt wieder gegencappen kann. Das mache ich jetzt auch und fahre hier erstmal rein. Und halte mich natürlich am Rand auf, weil der DD hier eben relativ weit aufgeht. Sechs Kilometer ist halt echt ein krasser Wert, sag ich jetzt einfach mal. Also heißt krass. Es gibt DDs auch da, die weiter aufgehen. Und es gibt DDs, die weniger weit aufgehen. Aber so als richtiger Capcom-Tester sind sechs Kilometer dann halt schon, naja, zu viel. Aber ihr habt eben schon die Eisenfische gesehen und da will ich jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen. Während mich hier versucht, die Harugumo zu torpen oder irgendjemand. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier zwei Fünferwerfer drauf und die haben es in sich. Die Torbreichweite ist mit 15 Kilometer angegeben und die Torpedogeschwindigkeit mit 86 Knoten. Da kann man sich dann schon mal, da kann man schon mal die Zunge schnalzen, würde ich sagen. Ist schon mal ganz lecker. Die Montana kann dem Beschuss da auch nur ganz, ganz knapp entgehen. Hätte ich da noch einen Ticken länger gewartet, dann hätte die Montana definitiv Torpedos gefressen. So natürlich nicht. Aber keine Sorge, wer jetzt schreit, boah, so schnell und so weiter. Die Torpedos sind nicht sonderlich stark. Für T10, für T10-Zerstörer-Torpedos sind es die schwächsten im Spiel, soweit ich das überblicken kann. Ja, auf der Tierstufe zumindest. Allgemein ist die Ladegeschwindigkeit bei mir hier komplett geskillt. Wir sind jetzt hier bei 76,5 Sekunden. Standardmäßig haben wir hier, ich glaube, knapp 100 Sekunden oder genau 100 Sekunden. Also, ja, 76,5 ist dann schon ganz cool. Da haben wir ein bisschen mehr als eine Minute, eine Minute 16,5 eben. Also, ist ganz annehmbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Torpedos sind so auch wieder rechtzeitig fertig. In der Regel muss ich dann selten auf irgendwie Torpedos warten. Also, naja, Torpedoerkennbarkeit zur See, 1,8 Kilometer. Durch die hohe Geschwindigkeit ist das quasi eine sehr, sehr geringe Reaktionszeit nur, die der Gegner da hat, um die Torpedos auszuweichen. Die nächste Stärke bei diesem DD-Typ hier, bei den Pan-Europäern, ist die Flugabwehr. Die hat hier einen Wert von 87. Ja, klar, der Wert in World of Warships sagt jetzt nicht sonderlich viel, aber wenn wir uns das jetzt mal reinziehen. Wir haben eine Mittelstreckenflugabwehr, kontinuierlicher Schaden, 393. Bis 5 Kilometer geht die Mittelstrecke. Und dann gibt es noch eine Langstrecke, die geht dann bis 6 Kilometer hoch und hat 162 kontinuierlichen Schaden, 6 Explosionen mit 1.985 Schaden pro Explosion. Das ist ein wirklich guter Wert. Also, die ganzen Geschichten, wenn wir das also kombinieren, dann sind wir bei 450, 550 kontinuierlichen Schaden. Und jetzt vergesst nicht, ihr könnt noch Sektorpriorisierung machen, also diese Flugabwehrsektor-Priorisierung, die den Schaden ja sowieso schon mal erhöht. Und dann gibt es eben hier bei diesem DD noch defensiv mit Flakfeuer, was ja auch nochmal 50% an kontinuierlichen Schaden bringt und 300% mehr Explosionsschaden und also die ganzen Geschichten. Also, das kann richtig, richtig Laune machen, der Teil. Und deswegen seid ihr auch so ein kleiner Flugzeugträger-Schreck. Das wird, also wenn man dann T10 dann erst hat bei den Pan-Europäern und der DD jetzt hier nicht mehr groß verändert wird, dann sage ich euch jetzt schon, die Flugzeugträger werden euch in der Regel am Anfang einmal anfliegen und danach werdet ihr sie wahrscheinlich nie wieder sehen, weil so viele Flugzeuge, wie ihr da runterballert, seid ihr einfach unattraktiv für einen Flugzeugträger. Da wird euch nur dann anfliegen, wenn es gar nicht anders geht. Ja, also zumindest ging es mir so in meinen Gefechten, die ich hier hatte und da so wenig ist es jetzt auch nicht. Ich glaube, ich stehe jetzt irgendwo bei 47.000 Erfahrungspunkten mit dem DD innerhalb kürzester Zeit. Das ist also, ja, ist okay. Ja, sicherlich gibt es noch jemanden, der bestimmt mehr gefahren hat. Mit Superlativen ist ja, naja, immer so eine Sache. Man findet immer jemanden, der noch mehr gemacht hat. Also, Flugabwehr, auf jeden Fall ein positiver Teil, fand ich persönlich ziemlich angenehm. Und auch hier konntet ihr jetzt wieder sehen, oft lasse ich mich sogar beschießen und nehme dann lieber wieder die Situation in Kauf, dass ich dann wieder zugehen kann, als wenn ich mich dann lehre. Jetzt haue ich halt eben mit drauf, weil er eben schon durch Radar offen war und er mich selber eben nicht sehen konnte. Man konnte, die D-Ring, die stand selber mit im Nebel drin, das war das einzige Risiko, dass sie mich vielleicht aufdeckt, aber das war, das war es mir jetzt wert. Da haben sie ja auch nicht runtergekämpft mit Kreuzer und ich selbst habe ja meinen Arsch da auch hingehalten. Also, Höchstgeschwindigkeit 86,8, äh, 86, 36,8 Knoten natürlich. Mit Motorboost sind wir dann bei ungefähr 40 Knoten, Wendekreis 660 Meter und der Ruheerstellzahl von 4,3 Sekunden. Gibt wendigere D-Ds, aber gibt auch weniger wendige D-Ds. Also, auch da sind wir irgendwo so im Mittelfeld und irgendwo passt die ganze Geschichte ganz gut zu dem D-D. Nee, das fühlt sich jetzt nicht übermäßig mies an oder irgendwie so. Das ist einfach so ganz, äh, ganz normaler Wert. Da kann man sie ganz gut dran gewöhnen. Erkennbarkeit zu Wasser 6 Kilometer und Erkennbarkeit zu Luft 2,7. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass die Flugabwehr hier eine Reichweite von 6 Kilometer hat und bei 5 Kilometer schon der maximale Schaden anliegt, äh, äh, an, an diesem Continuationsschaden, ne. Das heißt, ihr geht erst bei 2,7 theoretisch auf, könnt aber schon auf 6 Kilometer mit der Flugabwehr schießen. Sobald ihr dann schießt, geht ihr ja automatisch auf. Aber was ich euch sagen will, ist eigentlich, ja, ihr könnt also durchaus, ähm, wenn ihr die Flugabwehr nicht benutzen wollt, sie ausschalten und den Flieger rankommen lassen. Und der ist dann auf 4 Kilometer an euch dran und dann schaltet ihr sie erst ein. Und dann braucht ihr auch wieder ein bisschen Zeit, bis er rausgeflogen ist. In der Zeit rattert ihr richtig Schaden in diese Flugzeugstaffel rein. Das ist so eine gängige Taktik, ne. Und das wird hier eben auch ganz gut funktionieren. Wenn euch Nebel gespendet wird, durch irgendeinen anderen DD, durch irgendeinen Kreuzer, was auch immer, und ihr den mit benutzt, dann geht ihr 2,7 Kilometer im Nebel auf. Ich habe mir hier natürlich auch Module eingebaut, Hauptbewaffnungsmodifikation 1 ist im vorderen Bereich drin, Antriebsmodifikation 2, beziehungsweise Antriebsmodifikation 1 natürlich in Slot 2. In Slot 3 gibt es die Zielsystemmodifikation, einfach regelmäßig weniger als der Torpedos und maximale Streuung der Hauptbatteriegranaten reduziert. Antriebsmodifikation 2, um einfach schneller wieder beschleunigen zu können. In Slot 5 habe ich die Tarnsystemmodifikation drin und Slot 6 eben die Torpedowerfermodifikation 3, um nochmal 15% weniger Ladezeit bei den Torpedos zu haben. Deswegen kommen wir hier auf diesen ultimativ coolen Wert. Ihr seht ja wieder mal, wie die Fische da durchs Wasser rauschen. Lasst euch übrigens nicht irritieren, ich habe tatsächlich auf die Sandra geaimt. Ja, das war jetzt kein Hüftschuss, das wird hier im Replay nicht richtig dargestellt. Das sieht jetzt so aus, als ob ich noch die Montana anvisiere. Und wenn man dann doch mal einen Fehler gemacht hat, dann hat man nämlich hier noch Verbrauchsmaterialien, die einem ganz gut helfen, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam, was 38 Sekunden Cooldown hat, wenn ihr nicht benutzt habt. Dann gibt es den Motorboost. Das ist eine richtig coole Sache eben mit diesem 8% Motorboost. Zwei Minuten lang aktiv. Und damit könnt ihr euch schnell wieder aus Situationen auch befreien, wenn ihr nicht zu offen reingefahren seid. Dann eben diese geile Reparaturmannschaft. 272 Trefferpunkte pro Sekunde. 14 Sekunden lang aktiv. Drei Aufladungen verfügbar. Und dann eben das geile defensive Flaggfeuer, wo ich eben schon sagte, 50% mehr Schaden im Kontinuitiven Bereich und so weiter. Wirkungsdauer 40 Sekunden. In der Variante, die ihr hier seht, bin ich mit den beiden Brandflaggen gefahren. India X-Ray und eben Victor Lima. Juliet Whisky Una One natürlich, um die Flutungschance der Torpedos zu erhöhen. Dann haben wir eben November Foxtrot. Diese 1000 Sasser Flagge nenne ich sie immer ganz gerne, weil sie eben Ladezeit der Vorausmaterial reduziert. Sierra Mike ist dabei für mehr Höchstgeschwindigkeit. Und India Delta. Wir haben eine Reparaturmannschaft, also unbedingt India Delta hier mit reinpacken. Und dann natürlich die Anti-Deto Flagge Juliet Charlie. Die gehört eben auch die DDs eben rauf. Gucken wir uns noch ganz kurz den Kapitän an. Hier vorrangiges Ziel. Präventive Maßnahmen. In der zweiten Reihe habe ich Adrenalinrausch. Und mit letzter Anstrengung. In Reihe 3. Experte der Überlebensfähigkeit für mehr Trefferpunkte. Wie gesagt, das eingehend schon. Dann natürlich Torpedo-Bewaffnungskompetenz, um schneller nachladen zu können. Und Schießgrundausbildung auch da, um die Hauptgeschütze schneller wieder benutzen zu können. Und in der vierten Reihe habe ich hier den Tarnungsmeister drinnen. Prinzipiell hat der DD seine Vorteile in Sachen Torpedos. Sehr schnell, sehr schnell wieder nachgeladen, wenn er sie so baut wie ich. Er ist nicht total harmlos, auch von der Artillerie her nicht. Er ist aber längst auch nicht so stark. Ein typischer Torpedo-DD oder ein richtig typischer Gun-DD würde der Haaland sicherlich was vormachen. Also ich sage mal jetzt daran gemessen, wie gut er sich verteidigen kann oder wie viel Schaden er mit den Torpedos eben macht. Das ist halt die Schwäche. Aber allgemein fühlt sich da ziemlich abgerundet an, was man hier so hat. Ein großer Manko ist halt auch wieder dieser fehlende Nebel, dass man halt keine Chance hat, sich zurückzuziehen. Wie ich schon sagte, da müsst ihr eben aufpassen, dass ihr nicht zu früh anfangt, euch zu wehren. Lasst auch mal Beschuss über euch ergehen. Ihr habt dafür eine Reparaturmannschaft, um da so ein bisschen wieder rauszukommen aus dieser Situation. Ja, ich hatte mega viel Spaß. Auch in diesem Gefecht hatte ich sehr viel Spaß. Man muss halt wissen, gegen welche Gegner man sich stellt. Wir hatten unten noch eine Miene und das Molenz. Da fahre ich lieber nicht hin als DD. Ist ja denke ich auch ganz klar und nachvollziehbar. Jetzt ist der Flugzeugträger und so weiter da unten auch alles raus. Jetzt haben wir hier noch die Moskwa im Spiel und dann haben wir das Gefecht erfolgreich. Am Anfang waren wir ganz schön unter Druck und dann haben wir es auch erfolgreich gedreht. Ja, viel mehr kann man zu diesem DD eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, ist die erste Version. Wir müssen gespannt sein, wie Wargaming diesen DD noch verändern wird. Ja, das ist ja schon immer zu beobachten gewesen, dass die Forschungsbaumschiffe und so weiter in der Testphase, auch die Premiumschiffe in der Testphase noch verändert werden. Aber ja, vom Prinzip her macht der Dampfer eine Menge Spaß. Und jetzt sage ich danke für eure Zeit. Lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, wenn euch das Video, der Kanal gefällt. Und dann sage ich einfach danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Siegerholtz-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017